So, willkommen zu einer neuen Folgeaufnahme League of Legends. Ein bekanntes Gesicht. Kima spielt Bullen Blitzcrank. Ich spiele Lee Sin. Äh, naja, ne? Mal sehen, wie es wird. Viel Spaß! Ja. Wir haben ein Kyle-Team, einen Ezreal und einen Wukong. Im Gegnerischen Team ein Amumu, eine Tristana, Zett, Renekton und eine Zoraka. Das Season ist fast vorbei und wir versuchen den Kima noch in Silber zu bringen. Glaube ich nicht dran. Wie viele Liga-Punkte hast du gerade? 80. Bis Silber, äh, Bronx 1, ne? Ja, leider. Ja, brauchst du nur die nächsten vier Spiele gewinnen, dann bist du Silber 5. Easy peasy, wa? Mhm. Kriegen wir schon hin. Klar. Wobei ich nicht genau weiß, wie ich mit Lee Sin bin. Ich finde den... Ja, ich bin auch scheiße mit Blitzcrank. Ja, genau. Ja, manchmal schon. Ja, aber davor eben das Spiel, wo ich aus irgendwelchen komischen Gründen auf einmal die Aufnahme gestoppt habe. Ich kann es mir selber nicht erklären. Ja. Die waren einfach nur scheiße, die ich wollte. Ja, wir bringen halt... Ach, ja, glaube ich auch. Wir bringen halt einfach nicht jede Folge an, sondern halt... Ich meine, wir haben auch schon Folgen angebracht, wo wir verloren haben, ist ja kein Ding. Aber wenn wir denken, dass da einfach nur scheiße passiert ist, dann... Bringen wir die langweiligen Zettel oder sowas. Ja. Wo kaum reden. Ja. Genau. Das ist dann einfach nichts von unserem Kanal. Wer ist bei denen im Jungle? Am Momo, genau. Kann ich gehen? Ich glaube, ich werde invaden. Ab zu Rot. Haben die dem geholfen? Nein, haben sie nicht. Dann. Ab geht's. So, ich maximiere mein Q. Ob er zu zweit ist, den E gemacht? Kann man sich eigentlich aussuchen, ob man den E oder den W macht? Komm schon. Hallo, Amomo. Ich habe dich soeben gecountert, Jungle. Soll ich runterkommen? Was hältst du davon? Hm, so viele Minions, kein Level 2. Oh, die... Ich komme, ich komme, ich komme. Ah, ich bin auch kein Level 2. Scheiß drauf. Jetzt bin ich Level 2. Fuck! Gibt's doch nicht. Die haben beide geflasht. Shit. Ja. Amomo ist hier. Oh ja. Ich gehe aber gerade in die Mitte. Da sieht es nach einem Freakill aus. Verschwende keine Zeit. Ah, Mann. Wir sind aufbauen. Er hat gerade erstes Blut gemacht. Der Wukum. Was hat er denn von Amomo? Was hat er gemacht? Scheiß hat er gemacht. Was hat er denn von Amomo? Lecker. So, ich mache jetzt mal meinen Rot. Mal sehen, wie es wird. Warum ich die Sin spiele? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Er hat eine Wukum. Er kann ja keine Ulti mehr bei uns machen. Genau. War ganz logisch. Genau. Ich counter Amomo natürlich. War Absicht. Keine Ahnung, manchmal war ich auch drauf. Alter, meine Wukum sind gerade so scheiße. Okay. Meine Maus, die ich gerade verhindert, fühlt sich so falsch an. Die Fremde, oder was? Ja. Das ist vor Augen und vor uns so. Ich weiß auch nicht. Ich fühle mich an, wie die ich meine Maus. Das ist crazy. Ja, allerdings. Ich würde gerne jetzt noch diese Hexe hier machen, aber ich bin mir gar nicht sicher, wie ich sie packe. Gut, ich habe es geschafft. Nice. Wer ist er geworden? Wer? Er ist real. Ja. Er stirbt auch noch. Ich würde Gott sagen, so lange er denn nicht stirbt. Lol, der Wukum, ne? Er ist gut, oder? Ja. Ach, Mumu ist tot. Ich wollte gerade fragen, wo er ist. Boop. Gott, was ist denn gerade? Oh, warte, dem sein Blau ist jetzt wieder da. Geh ich direkt hin. Oh, da counter ich den echt übel aus. Jetzt hätte ich gerne noch ein Wort beim Rot. Das wäre es natürlich. Hey, wo hat der Blau her? Von dir vielleicht? Alter, auf mir weh zu tun. Ich bin noch nicht gestorben eigentlich. Ja, noch nicht. Ja, aber noch kein Kill. Mach was! Fuck, ich hab mich nicht leben. Läuft's bei euch gut? Geht. Das ist dann, man kann halt wegspringen, ne? Ich bin ätzend. Hm. Weil du vielleicht sterben. Ich hab jetzt Ulti. So, Raka, keine Boards. Ammo ist da ungefähr da jetzt. Ja, ich hab's gesehen. Okay. Okay. Äh, wir müssen jetzt runterkommen. Wer? Du? Der Ammo. Achso. Ammo geht auf Tank, okay. Ist das richtig so? Der Ammo hat Kekse. Also, der hat sein Masteries so gestellt. Ähnlich wie so ein Supporter, weißt du? Da bin ich. Ja. War doof. Ich mein, der muss ja nur diese eine Spalte, sodass er diese Kekse bekommt. Ist Ammo bei euch oben im Treebush? Okay, spielt keine Rolle. Keine Ahnung, der da ist. Ist Tristana. Ich komm einfach mal. Nein! So. Nice. Wie viel ich den Tower getankt hab. Ich wollte den eigentlich kicken. Achso, ich hab meinen Ulti nicht auf Smartcast, deswegen. Ich hätte den eigentlich... Ich wollte mich ranziehen und den instant kicken, aber... War bescheu. Drache? Drache, Drache, Drache? Ich weiß nicht, komm. Was machen, bitte. Ich hab wenig Leben. Komm. Ja, ich will schon weg. Komm schon, Eis real. Kai, hallo, der braucht Hilfe. Alter. Da will ich mich verarschen. Fuck. Haben wir den Drachen bekommen? Ja. Ich wollte den Drachen so schnell wie möglich. Ja, vielleicht hätten wir abbrechen müssen. Der war aber schon fast down. Ja, genau das hab ich auch gedacht. Und dann war da hinten schon die Schlacht am Mitten im Ganger. Das war von Kai ziemlich doof, ey. Weil da runtergekommen ist, oder was? Ja, und Amomo hat sich von... von da an zu den geschlagen. Ich wollte schon flashen, aber hab ich mir eingefallen. Ich hab ja ein Wort zum Jumpen. Ich bin noch nicht der beste Mitgliedsin. Meine... äh... Reflexe, oder... Ich mach noch nicht alles automatisch mit dem. Ist auch nicht einfach, find ich. Kommt noch. Ja, da muss man den üben. Ah, läuft, denk ich mal. Ja. Ich denk mal, ich geh ein bisschen mehr auf Tank. Mit dem. Ich rummier gern viele Wards mit dem. Mein Sidestone wird sicherlich auch bald kommen. Viele Wards, achso, wegen Wegschanken. Mhm. Rettet einem das Leben, find ich's. Ja. Laufender Mumu ist, glaub ich, da. Kann ich nicht hin, wenn sie weit weg. Kai ist hier. Da ist er, Mumu. Der hat noch keinen Blau gemacht. Oh, Gott. Oh Mann, ich kann die nicht helfen. Oh Mann. Ich kann die nicht helfen. Alter, das war ein bisschen crazy. Ich war allein in der Mitte. Du? Hm. Okay. Okay, schaffst du es, ich glaube an dich. Genau. So, das Blau von der Momo ist da, scheiße. Ich muss da hin. Der ist schon eingelaufen. Oder? Es guckt da auf die Karte, ist nur noch da. Ist schon vor lange da, glaube ich. Oder gerade eben wiedergekommen. Ich würde gerne hin. Jetzt habe ich ein bisschen Schiss. Dein Blau ist auch da. Ja. Ich habe es gewordert. Oh fuck, hier, hier. Meister dich selbst. Meister den G. Du bitch. Amo hat kein Flash. Und hat kein Blau. He 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 he. Fuck. Fuck. Ja, ok. Warum pinkt der das? Weil der es haben will. Ist ja auch richtig. Weil er es haben will. Ja. Dann muss ich halt hier in der Nähe bleiben, weil ich hab keinen Bock, der es klaut. Wie sieht es bei euch aus? Gut. Ja, ich hab's gesehen. Also ich hab die Karte gekratzt, weißt du? Und, keine Ahnung, ich hab mit einer Hand irgendwie alles gemacht. Alles mit einer... Haben die einen Tower? Ja, haben die. Scheiße. Ja, Leute. Ich geh mal zu dem sein Rot. Oh fuck, das war mein Fehler. Hallo? Wir waren... Sorry. Oh Gott. Du kannst jetzt dich auffieten. Was? Du kannst jetzt dich auffieten. Fuck, 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 fuck! Alter, machst du nix? Oh Gott, ich bin weg. Ich hab auch kein Wort zum Jumpen. Alter, sei bloß vorsichtig. Drache ist da, ne? Ja, da geh ich grad hin. Okay. Ja, der Set ist ganz gut von denen, ne? Ich komm zu euch runter. Hallo, hier! Hier, Bitch! Ja, ich... Ich war doch sicherer tot. Ich hab echt überlegen, ob ich kicken soll. Aber ich glaub, es hat nicht genug Schaden gemacht. Oh, leu. Ja, ich hab keinen Ulti! Ich hätt die geshört. Fuck! 2 Sekunden, ey. 2 fucking Sekunden, ey. Der wird Drache machen. Ist gute Idee. Ja. Eigentlich nicht, weil schon wieder der Hilfe braucht in der Mitte. Ich will mich zurückjumpen. Blau von dem ist in einer Minute da. Ja. Schön, dass man nicht mehr timen muss, ne? Wenn der Drache kommt und so. Ja. Aber voll nervig. Tristan abfarmt sich tot, ey. Ja. Leute, die Farm voll schlecht. Warum? Ich hab weniger Farm als... ...es real. Hallo. Ach fuck! Oh Gott. Der SS, ne? Die kommen wohl. Ich weiß. Boah. Oh, er sei tot. Ich noch nicht. Oh leu. Ich geh zurück. Ich nehm den Blau aus da. Oh, oh, oh. Was ist... Ach, keine Ahnung, irgendwie. Guck mal, ich mein Sneaky Blau bei denen. Die raffen nix und sind am kämpfen. Du sollst keinen Blau machen. War der low? Ja, von denen. Äh, wir haben grad Teamkampf gemacht und du machst Blau. Ups. Ja, wusste ich nicht. Fuck. Fuck. Ach, bei denen ist ja gar keine AP. Ist ja gut, dann brauch ich ja gar kein Dings kaufen. Ja. Ich werde ja direkt auf Damage gehen. Das ist schön. Nur magisch. Oder mehr Rüstung. Uh, komm, weiter Rüstung. Ich hab schon wieder das Blau von den Gens bekommen. Haben die ge... Ne, wir haben Drache gemacht, stimmt. Kyle, komm, Blau. Kyle. Oh man, Minute. Ich will mitmachen. Ich will mitmachen. Oh. Na ja, Momo. Ich will mitmachen. Ich will mitmachen. Ja. Wenn der runterkommt, das kann voll die geile Kombo werden. Wir tun was wir tun müssen. Wir tun was wir tun müssen. Ich hab nur nicht am Umbo. Oh Gott. Aufpasst. Ich hab noch Ulti. Ich hab zu viel Geld. Ich hab 3000. Fuck. Das kann jetzt bei dem Kampf böse enden. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich hab die nicht getroffen mit meinem Kuh. Ey, warum krieg ich keine Assists? Ich hab doch mit Mudie eingelassen. Keinen Assist bekommen? Nein, doch einen einzigen. Die haben alle mit einem Ulti getroffen, komisch. Äh, das war mein... Ich ziehe, weißt du? Hat doch gesagt, go drop everyone. Ja, wenn ich ja wohl kommen. Ja, wegen dem seinem Ulti. Oh, oh. Die sind alle wieder da, ne? Ja. Ja! Okay, jetzt gehe ich doch auf... doch ein bisschen offensiver. Scheiß drauf. Wache in 30 Sekunden. Das ist gut. Hä, wer hat denn grad blau gemacht? Keinen? Ja. Weil ich habe es ihm ja nicht gegeben. Ne, der war ja kurz weg, weil er mit dem Kampf... Oh fuck, ich hab'n Problem. Wuh! Was war das denn? Ich dachte, er werden nur so rarker und stattdessen. Ich schuck mich ran und auf einmal stehen da alle. Oh Gott. Ölentower ist weg. Oh Gott, ich will... Oh. Der verkackt diesen Ultif immer. Kann passieren. Also, schon zweimal bei dem passiert. Und Rot ist weg. Ha. Ha. Hoi. Kleiner Dieb. Ja, leider. Hallo, da gut bist du, oder? Hm. Ich weiß, ich find's ausgeglichen. Esser ist gefiedet. Du bist gefiedet. Dein Zentrum. Ich geh mal zu. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Z hat kein Ulti mehr. Oh Gott, das ist so'n Scheißkampf. Alter, was machen die alle? Oh Gott. Fuck. Das war so'n beschissener Kampf. Loi! Wie viel die Kapiti hat? Hast du gesehen, wie viel die Kapiti hat? Nee. Oh Gott. Baaten Forum. Oh Gott. king below. Oh Gott. Oh Gott. Wo kann ich starten? Hm, ich geh mal topdeffen. Die kommen hoch, die kommen hoch, die kommen hoch, die kommen hoch, die kommen ins Tilo. Kommen die alle? Oh Gott, wir werden gedivet. Pushen, so schnell wie möglich. Können wir Wort haben. Die wollen uns difen, ich glaub der hat noch Ulti. Komm, 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 weg, weg hier. Wir müssen, wir müssen hier weg. Eh, nicht weg. Esra, setz, setz. Meistere dich selbst, meistere den gegen. Oh fuck. Nein! Fuck. Alter Mann. Warum ist der Wukong eigentlich in der Mitte? Ja, aber warum kommt keiner zu uns eigentlich? Wie lange hat der Kampf jetzt hier gedauert? Ewig, oder? Bestimmt drei Minuten oder zwei. Keine Ahnung. Auf jeden Fall lang genug, da hätte alle möglichen Leute kommen können. Natürlich. Weiß wie lange ich unterm Tower war? Ich mein, der Wukong spielt gut, ne? Ja, aber der übt nicht. Das ist das Verkacken. Jaja, ich geh bot pushen. Und ich hab grad eben keine Energie, um zu hinkommen. Na, ich hab da auch keine Mahnung mehr. Wow. Was soll die wirklich machen? Echt? Das Unerwartete? Ja. Ja, super. Ich bin voll weg. Ja, deine Hilfe brauchen wir nicht unbedingt. Bin ich trotzdem fast da. Das heißt, wir brauchen meine Hilfe nicht, hallo? Loll. Ja, lass zurückgehen. Lass zurückgehen. Ja. Was? Ja. 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 Hat der irgendwo noch Ulti? Ich glaub schon, ne? Loy, das konnte ich alles verkacken. Der stand einfach nur rum. Oh lol Ich darf ja weglaufen Jetzt müssen wir weg Ah, hier Nice Vielfach Tüttung, kriegt er eine Nein So können wir pushen Pushen Wir können glaube ich beenden Ja Ich glaub schon Machen wir, tankst du? Äh, wo komme ich eigentlich? Nice Dann kommt der nächste wieder 3, 2 Auf den Läuft GG Noch mal ein Assault geholt Cooles Spiel Ja auf jeden Fall Mit Lee Sin läuft's also auch einigermaßen Na gut, ich muss den eigentlich nicht viel machen Ein enorm hoch und runter deine Jaaaa In der Serie Mal sehen, ob Die nächsten Die nächsten Drei Spiele Auch so werden dann Ist Kima Noch vor Seasonende Silber Das wär's doch Das wär geil Ich glaub ich komm nicht mehr Gold Geht Geht's heute weg Ja Aber wer weiß Man weiß nie Na gut, trotzdem Vielen Dank fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Ja 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 Ja